Sie kommen also aus London. Sie wollen das alte Haus im Moor verkaufen. Ja. Das wird kein Einheimischer kaufen. Je schneller das Haus verkauft ist, desto eher kann alles weitergehen. Bitte, gehen Sie nicht wieder in das Haus. Sie ist hier. Ich kann nicht einfach abreisen. Sie hätten verschwinden sollen. Sie hätten abreisen sollen, als wir es Ihnen gesagt haben. Sie haben doch einen Sohn. Gehen Sie zurück zu ihm. Vergibt niemals. Hören Sie auf, ein Phantom zu jagen. Verschwinden Sie mich! Sie ist immer hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du gehst immer hier.